Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz will Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in seinem Land nicht mehr zulassen. Mögliche Veranstaltungen im Vorfeld der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Juni seien unerwünscht, sagte Kurz dem ORF. Auch in Deutschland soll es keine Auftritte türkischer Politiker geben. Solche Veranstaltungen würden drei Monate vor der Wahl grundsätzlich nicht genehmigt werden, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Für einen Auftritt von Präsident Erdogan liege aber auch keine Anfrage vor. Vor dem türkischen Verfassungsreferendum im vergangenen Jahr hatten die Auftritte türkischer Politiker in mehreren Ländern für Streit gesorgt.